Dass Amira Pocher ein echtes Multitalent ist, beweist sie längst. Gemeinsam mit Ehemann Oliver Pocher nimmt sie regelmäßig den gemeinsamen Podcast auf und ist nicht nur als Influencerin aktiv, sondern hat auch eigene Freizeitmode entworfen und eine Nagelerkollektion auf den Markt gebracht. Nachdem sie es letztes Jahr bei Leadstains an der Seite von Massimo Sinato bis ins Halbfinale geschafft hat, zieht es sie nun von der Tanzfläche in die Jury. Sie wird als Gastjurorin in der österreichischen Ausgabe der Show auftreten. Amira Pocher als Jurorin bei Leadstains, dort heißt das Programm Dancing Stars. Am morgigen Freitag kehrt Amira hier als Jurorin vor die TV-Kameras zurück. Das verriet sie selbst auf Instagram in ihrer Story und mit den Worten Wow. Was für eine Ehre hinzugefügt, wie auch Bild berichtet. Doch Amira ist nicht einzige Promi-Lady, die Jury bereits bei Dancing Stars bereichert hat. Für Amira wie für Barbara sollte dieser Job einfach sein. Schließlich hat die gebürtige Österreicherin selbst erlebt, wie es sich anfühlt, in Tanzschuhen zu stecken. 15 Minuten lang! Sch십 theme